Großer Zulauf am Sonntag bei Walkers Garage im Rhein. Viele Freunde der Tuning-Szene trafen sich hier zum Barbecue und Fachsinnung. Höhepunkt war die Verlosung eines 50.000 Euro teuren Autos. Und dann würde ich sagen, dann darf die kleine Dame jetzt mal den glücklichen Gewinner der wundervollen S15 auslosen. Ach, klasse! So, der neue Gewinner oder Besitzer der Lady hat die Bestellnummer 1859. Vielen, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch! Und, ähm, ist... Heute Lisa, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto! Hallo! Lisa Frank, Lisa Frank hat das wunderschöne Auto gewonnen. Und, äh... Ja, sie ist gerade noch ein bisschen kurzatmig, wie man sieht. Ich würde sagen, das ist unser neues Projekt! Ja! Wiedersehen! Oh mein Gott! Ja! Ja, sie ist gerade noch ein paar Videos! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.